Jo Leute, was geht's? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video, Clash Royale Let's Play. Ähm, ja, und ich wollte einfach mal heute mit euch ein bisschen, äh, daddeln und, äh, ja, wir machen dann noch ein paar Angriffe heute. Und ich wollte euch eigentlich auch nur noch sagen, dass, ähm, wir uns noch, ähm, 14 Abonnenten fehlen bis, äh, zu 30. Ich würde mich sehr über 30 freuen. Also, wenn ihr, äh, schreibt es einfach an eure Freunde, ähm, schreibt, ähm, fragt euren Vater, fragt eure Mutter, ähm, fragt eure ganze Familie. Ähm, ja, ich würde mich sehr über 30 Abonnenten freuen, wie gesagt. Ähm, und, ja, ich glaub, wir machen dann eher ein paar Angriffe heute. Ähm, ja, nehmen wir mal los. Level 6, äh, 7, müsste ich versuchen. Stell ich direkt hierhin, falls der Gegner, äh, ähm, versuch das so, äh, sehr schön. Habt der Gegner schon verlassen, oder? Nee. Oh, gespart, dieser Spackner. Scheiße. Wo hab ich das jetzt hingesetzt, ich vollidiot. Äh, ja, okay, ähm, dann sehen wir mal zu, dass wir jetzt seinen Turm, obwohl, das sieht erstmal noch nicht so aus. Der Magier, den, äh, äh, weiß ich jetzt nicht, okay, der kriegt jetzt eine Hexe von mir. Hat er auch nicht sehr, auf keinen Fall hat er das viel gebracht, ja toll. Okay, ich bin so gut wie... Ich hätte, äh, okay, ähm, ja, ich glaub, den Kampf haben wir so gut wie verloren, auf jeden Fall. Äh, ähm, äh, ja, der kommt jetzt mit Lakaien an. Ich hab keine Lufteinheiten mehr, das hat jetzt nicht, obwohl X-Bogen. Kann auch Lufteinheiten kaputt machen, oder? Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ähm, wusste ich jetzt nicht, hab ich nicht genau gesehen. Habe ich jetzt ein bisschen der Luftein hingestellt in X-Bogen. Äh, warum hab ich das, Corbett? Ich hab's schon wieder mit dem Hintern, ich steige weiter. Okay, Päcker. Ach, Quatsch. Was hat der gerade gemacht, warum hat der Päcker gesetzt? Das war jetzt ein bisschen dumm, von mir auch Skeletter mitzusetzen. Ich hoffe, dass ich hier was rausholen kann. Nee, ja, ich bin tot. Ich bin dem Rauf jetzt, um noch einmal auf meinen Turm zu gehen. Ich versuch jetzt noch mal so gut wie abzuwehren, falls jetzt keine Rakete besetzt. Es bleibt noch so hoch. Ja, ja, komm. Ja, okay, dann darf ich dann auch die Verlangen. Wir werden aber heute noch mehrere Kämpfe machen. Kacke. Und ich bin wieder Arena für den Applaus, ey, scheiße. Äh, ja, und dann müssen wir jetzt direkt holen. Ja, ich stehe mal so frei. Chinese ist ja auch mal was Tolles. Obwohl, Chinese ist ja... Ja, okay, der hat schon mal meinen ersten Turm, wenn ich mich jetzt nicht irre. Okay, richtig, ähm, scheiße war das jetzt von mir. Obwohl, eigentlich... Scheiße, was war das? Ja, okay, der hat meinen ersten Turm. Ähm, kann der auch ruhig schaden, wenn ich mir das in den ersten Turm. Doch. Ähm, ähm, jetzt machen wir hier erstmal die Kobolde fertig. Ohne an der Hexe Schaden zu machen. Hey, wo kommt... Komm, Skelett-Armee. Oh, Mann. Äh, schön, äh, ja, die Skelett-Armee macht erstmal den Prinzen richtig platt. Ich hoffe, wir gewinnen dieses Match. Ja, könnten wir uns... Hau, glaube ich auch dran. Und jetzt gehen wir direkt schon auf den Königssturm los. Ähm, das gefällt mir. Okay, Koboldfass, ähm, ist echt so krass. Jetzt nehmen wir ihn mal hier vorne an. Ja, perfekt. Musketier macht natürlich... Äh, die Wiese macht noch kaputt. Komm, hab ich das schon wieder reingesetzt. Ähm, was war dumm von mir schon wieder? Komm, schaffst du noch? Los, 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 los. Okay, wir müssen nicht den Turm schaffen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass, ähm, er jetzt auch kein Turm mehr... ...wann er jetzt so heftig Glück hat. Nein, ist vorbei. Ja, perfekt. Ähm, diesen Kampf haben wir jetzt gewonnen. Ähm, ja, was soll ich sagen? 27 Pokale, okay. Ähm, so, gut. Wir brauchen jetzt noch ein paar, damit wir, ähm, wieder Arena 6 aufsteigen. Wollen wir sehen. Morgens. Echt praktisch so... ...fassbar haben. Oder, äh, jetzt erzähl ich doch. Okay, den Print haben wir jetzt schon mal, äh, weggeboostet. Okay, Alter Mini-Packer echt. Ähm, der geht mir ein bisschen auf den Sack, der Mini-Packer. Ähm, Plack. Äh, ja, wir versuchen jetzt so, hier die... wir versuchen jetzt noch mal mit den Skeletten. Ja, 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 nein. Was machen wir am besten gegen... Na gut. Jetzt sind wir hier mal. Ja, na toll. Was ist das eigentlich für ein Bug, äh? Ähm, das ist echt so scheiße, dass dieser Bug, ähm, das Kobold fast da hinten sitzt. Okay, geil, wir haben seinen ersten Ton. Der, ähm, Babydruck macht einen ganz gechillten, ähm, Magier fertig. Ich weiß, dass es jetzt eine Magier war. Alter. Was ist mein Prinz denn eigentlich? Na richtig, ey, 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 wie kommt der jetzt an, äh, zwei Prinzen? Wie hat der die, die hintereinander gekriegt, ne? Ey. Fuck. Ja, Applaus. Alter. Ja, okay, wenigstens hat er irgendwas nicht gekriegt. Ey, was für ein... Das nervt echt. Ja, okay, machen wir noch einen Kampf. Level 6, okay, gut. Oh man, meine liebsten Sackler. Oh, ich wollte gar keine Skelett am liebsten. Was ist das für ein Fachback? Applaus. was ist das für ein Fachmann? Ich wollte gar nicht austauschen, das... Ja, das ist ein Fachmann. Ja, das ist das für ein Fachmann. Der hat jetzt, äh, ein 7-Elexier für Pekka ausgedrückt. Jetzt wird er erstmal ruhig bleiben. Puffig. Ey, dieser Gift ist aber so echt ab. Macht echt so ab. Hexe gegen Hexe, wer wird gewinnen? Ey. Zieh mich doch einfach, Hexe, ey. Okay, das war jetzt richtig dumm von mir. Sorry. Kann doch nicht gegen Hexeinheiten angreifen. Äh, ja, ich glaub, wir gewinnen das Match. Nicht. Komm, komm. Noch ein Schluck. Ja. Geht doch. Endlich. Ich setze mir noch einen schönen Exbogen hier hin, um den nochmal richtig reinzuwirken. Ja. Okay. Jetzt setz doch den Babydrachen, Alter. Frisch meine Skeletter mehr, Alter. Frisch meine Schechse, alter. Äh. Ja. Ja, Mann. Richtig geil. Wir machen jetzt noch einen Kampf. Mit 30 Trophäen oder 29. Auf jeden Fall müssen wir jetzt den Kampf gewinnen. Ob wir wieder 6 werden. Ja, irgendwie voll scheiße, dass ich jetzt keine Rakete oder so einen Blödsinn im Deck hab, was irgendwas die jetzt im Tonkopf macht. Aber das ist schön, dass die Barbaren jetzt abgelenkt sind. So hat die Hexen abgelenkt zu machen. Okay, der Magier geht auch richtig schnell. Down, down, down. Okay, wir machen jetzt mit dem X-Bogen. Hier. Ey, der Mini-Packer fickt dann so durch. Sorry. Big, what? Mann, hau doch einfach ab mit deinem Pickreiter. Mann! Jetzt setz doch! Was ist das für ein Scheiß-Bug, ey? Ey, die bei Kugel guckt aber auch nicht, wo die hinläuft, ne? Oh, der ist abgelenkt, gefällt mir. Oh, der ist abgelenkt, gefällt mir. Oh, nein, komm. Mann, jetzt ist die doch, ja, endlich mal. Ja, jetzt ist die schön abgelenkt. So kommt mein Karm, mein Prinz durch. Jetzt muss ich eigentlich gewinnen. Ja, jetzt. Jetzt geh doch. Wohl, muss ich jetzt auch nicht mehr, das Prowalfass zu setzen. Obwohl, doch. Okay, gut. Jetzt. Arena 6 sein. Ja. Ewig. What the fuck? Ewig. What the fuck? Ich raste motherfucker aus, Alter. What the hell? Aber krass, epische Truhe, geil, Mann. Echt krass. Ähm, ja. Machen wir die mal direkt auf. Okay, war nichts richtiges drin. Geil, epische Truhe, Mann. Krass. Echt geil. Okay, ich freue mich, ähm, wenn ihr wieder am Start dabei seid. Und dann mache ich mit euch die epische Truhe auf. Äh, ja, und bis dahin würde ich mal sagen, ja, bye, bye. Und wenn euch das Video gefallen hat,